Halligalobolöde, zuck so, we go we. Weiter geht's. Äh, Traumwee, weiß man, abgeben, die Quest, genau. Oh, oh, oh. Entschuldigung. So. Oh, bitte versteckte, besessene Spione im Winterschlaf. Ich kann's auch kaum erwarten. Ich hab's ja ein bisschen leise gemacht, kann ich das sagen. Okay. Oh. Ich bin mir zu leise vor. Ähm, hier. Ja. Der Ardenwald braucht eure Stärke. Ach. Der Dromane. Das heißt, Dromanten und Ertönen. Für König lehnt das Horn. Blast hinein und ruft die Jagd. Die sollen erst mal ein Spion-Stück. Scheiß. So. Es ist ja eine, ne? Ich habe kein Ziel. Da mein... Ich habe kein Ziel. Scheiß. Also. ok mein erster 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 die ersten drei haben mal die hilfe naja aber nicht heute erster erster Naja, schon entdeckt, vielleicht zwei auf einmal. Oh, ein bisschen Schaden. Ach, ich brauche nicht was. Ich schaffe heute ohne Probleme. Fulltime. Oh, haben wir fertig. Sehr schön. Abgeben. Willkommen in meinem Heim. Jetzt noch die drei Straßen. So. So. Stimmt. So. 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 Gehen wir weiter zum nächsten. So. 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 hallo straßen hinterlöchner hallo er ist auch der klassiker ah die nördlich ist wohl noch die westliche um zu wissen wo westen ist westen ist da oder da im osten ist westlichen straßen Okay. Die Jagd ist nicht gekommen. Das ist kein gutes Zeichen. Übrig auch so. Jetzt zurück. Da bin ich wieder. Topmann-Kuch. Die Nacht umarme euch. Keine Gebote. Keine. Ja. Das ist nicht so weit. Das ist nicht so weit. Das ist nicht so weit. Das ist ja hoch. Das war's. Schon. Jetzt. Ah. Erreicht Roman in Alio? Mit? Er kommt mit. Ich will zurück klatschen. Er ist ja blöd. Der Latscherer. Er ist ja blöd. Ja, so. Er ist ja nicht so. an den aliot wie doch immer ausgesprochen wird keine schlachten das winterschlecht 20 angriff von erfahren was folgen ist mir hier Denkst du direkt den Namen aus? Was soll das? Ja, noch einer. Jawohl. Was soll das? Das nervig. Zu looten? Okay. Wollen wir jetzt spinnen? Gittel. Wieder einen Verlenen? Ja. Wollte wieder so lange. Dann müssen wir wahrscheinlich alle weg. Ja. Ja. Eine gute Idee dann anzu. Ja sicher doch. Oh. Das merke ich gar nicht, wenn wir so bei solchen komischen Sachen. Und bringt unsere Beute zur Strecke. Braucht ihr etwas? Ach, das ist ein goldener Dörhass-Fernichter. Das weh. Das ist hier echt blöd in Shadowlands. Ja. 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 Ich heile eure Wunden. Kämpft weiter. Ich brauche eins. Ich brauche einen zu. Ah... Ach, mal was war, eh? Ah... Ach, mal was war, eh? Letztes Stück. Ach komm, mach mal alle ruhig, mach mal alle Fäden, mach sie vorher ein bisschen. Das ist scheiße. Wie viele goldene Boss hierbei? Da waren sie noch drei. Ah. Die letzten beiden, die da haben. So, da haben wir's doch. Jetzt zurück. Damit wir ihr gemeinsam trotzen. Gib ich nur eben ab. Dann machen wir auch Schluss. Dann machen wir's. 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 Vielen Dank.